Bonjour, merci dass der Astrid Lulling TV am Dokkanal guckt. Die könnte Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlaustern. Eigentlich wollte ich an dieser Emission über die schwierigen Stossien informieren, die aus dem Moment am Wirtschafts- und Währungsausschuss vom Europäischen Parlament beschäftigen, wie z.B. die Bankenunion an Neuriegelungen für Geld wertfangen, wo man sowohl an vielen Punkten am Minister oder an der EU-Kommission wie auch an enttöchenden politischen Fraktionen gedeelter Meinung sind. Aber das Dossier, die kommen richtig dann plenär zu Strasbourg, am März oder am Bröll. Verschiedene sind noch am Wirtschafts- und Währungsausschuss, noch nicht wie geplant aufgestimmt gehen, weil wir nach Zeit brauchen, für eine Majorität zu finden oder einen Kompromiss, mit dem wir leben können. Dafür will ich heute für das erste Mal meine Roserei lassen gehen über den Artikel am letzten Wochener Wort vom 14. Februar. An dem gibt es zwar richtig Bericht, dass nur die umstritten Saatgutverordnung vom Dschers über diese Schei an meiner Emission informiert und ich vom 2. bis 8. Februar um den Kanal zu gucken war, an dem auch nach immer auf meiner Homepage www.astritluling.lu.ass. Mit meiner deutschen Kollegin Christa Klaas hat ich an dieser Emission über den plomben Populismus vom geringen Turmesbericht, die gelevelose Welt mit einer Petition, die in die Leute abgefordert wird und die EU-Kommission zu schicken, die gelevelose Welt für gesucht, die wir den, den Bungerten zu Lützeburg gegen Retten, an der für seinen Merit, dass die Verordnung zurückgewiesen gauf. An dieser Emission haben wir bewiesen, dass es von ihm keine Spur an dem Dossier gibt, aber 23 Amendementen von mehr als hunderten von meinen Kollegen mit einer Lohn, wo wir mit dieser Aktion, mit dem Kollegen Klaas, auch mit ihrem Wort, an der Umweltkommission, an uns, mit meinem Wort, an der Agrarkommission, die Verordnungsentwurf von der EU-Kommission und das zurückgewiesen haben. Lies den am Lützeburger Wort nehmen, dass die geringen Turmes zu den Geisnern von der Initiativ geheirrt hat, an der gut lange Brede aus einem Kommunikation von demselbesten zitiert. Ich bin so gewähnt, dass von dieser Seite viel mehr Medien, Presse kommunikieren, gemäht, wie wir im Parlament geschafft haben. Ich will aber ihr objektiv informieren, dass aufgrund von Isaac Erbes zu Bresel an den vier erwähnten Kommissionen das unseelisch Propositionen von der EU-Kommission zurückgewiesen gaufe, weil wir schon meintelang um Tera geschafft hatten, auch für eine Majorität für den Renvoi zustande zu bringen. Was nicht so einfach war, wo es natürlich keine Spur von einer Aktivität von dem geringen Populisten an diesem Dossier gibt. Zu Lützeburg sollen noch schon 5.500 Leute die Petitionen erschreven. Und steht am Lützeburger Wort, sie wäre so überfällig wie ein Krab und schmengend mit der Demagogie und mit der Aussuchpassion muss man auch am pro-europäischen Parlament leben. Gott sei Dank haben wir im Moment, sie zu denanzieren, was Jolo hier geschickt ist. Den 14. Februar, wo es Lützeburger Worten hat, mit dem Titel Das verdienen unsere Politiker einen ganz langen Artikel publiziert, der schon den 13. Februar auf Wort online zugesiebte und zudem mit vielen Kommentaren gaufe, ob die ich aber hier zurückkommen will. Weil ich Deputat nach Bochmeister war, während Jürgzianten an den 60er, 70er, 80er Jahren, wo man nicht mehr ein Taschengeld hat als Indemnität, kann ich vergleichen, als ich noch der Meinung, dass seit den 90er Jahren die Lützeburger Politiker anständig bezahlt sind. Hau nicht nur die aus dem öffentlichen Sektor, die seit den 10 Jahren der Indemnität parlementär in Pension beziehen, egal wie jungen sie sind in Pension, die auch mit der Malta andauernd klemmt, aber auch die aus dem Privatsektor, die Kanger Politik kriegen, für das Level-Playing-Field, mit ihren Kollegen aus dem öffentlichen Sektor, und da mit Zeit für ihre Aufgaben haben. Es kann nicht solle Meinung sein, die Indemnitäten werden zu heisch, aber zu mengen, es soll in der Regierung hier beziehen um zwei bis drei Modelle, und da geben sie nach mehr von Dingen, wie sie schaffen, oder schreiben, was ich gelesen habe. Wer die Arbeit nicht besonders liebt, sich besonders wichtig finden will und viel Geld verdienen möchte, tritt in die Politik ein, ich muss sagen, so Kommentare, die sind aber überdrücken, und sie gehen aber auch zu bedenken, weil so Kommentare, was sie haben, für populistische Parteien, sind an der Demokratie schlussendlich schulden. Weil die Informationen über die Europadeputerte an dem Artikel nicht gerade vollständig sind, will ich hier präzisieren, dass es für die Europadeputerte seit 2009 ein einheitliches Statut gibt. Für die Europadeputerte dürfen sie wie die Nationalparlamentarier von den nationalen Parlamenten bezüllen, wobei es natürlich groß unentscheiden gauw. Allerdings konnten die Europadeputerte, die schon vier in 2009 am Europaparlamenten waren, wollen, ob sie an dem nationalen system bleiben wollten, dass das eine Mäseur transitoire, die auch nicht mehr zu ändern, voran den letzten fünf Jahren, oder die Europadeputerte, die die Decisionen, die wir uns geholt haben, also die können sie nicht mehr ändern. Das konnten sie mal in 2000, von den sechs Litzbüern, da konnten die Frank-Engel in Deutschland auch sprachen, die für dich gewählt gaufen. Sie konnten nicht wählen, sie sind automatisch in den europäischen Statut gefallen. Ich habe den europäischen Statut gewählt, ich habe mich genau nicht entschieden, weil ich mich nicht mehr wollte von der Schamber, von nationalen Steuergeldern, bezüllen lassen. Nimm den geringen Turm, es geht nach von der Schamber bezüllen, weil ihn dort gewählt hat, er bezieht neben der indemnität für 7500 Euro in Pension, weil er Staatsbeamte war, er bezieht durch den 13. Monat, den er dem europäischen Statut nicht gibt, darüber raus gibt den Europaparlamentarier die namen Statut als seit 2011 neben der Europasteier die zu bezahlen ist, zu Lützebüch, so besteuert, dass sein Revenuern, sein brutto Gehalt an Europa, für die besteuern von anderen Revenuern auch gerechtigt hat, als meistens, aufgrund vom europäischen Statut. Als aber 2009, wo die Schwarze Maa nicht von einer Regierung erklärt ging, dass sie das gehen machen. Ich könnte mal auch als ein dummer Vorkommen, weil ich, am Vergleich zu meinem geringen Kollege, dem sein 13. Monat, indem die Tätäne nicht mehr zu 50% besteuert sind, weil die von allen anderen Lützebücher debattierten, weil ich natürlich auch meinen anderen Kollegen nicht weniger verdient, mehr geht, es geht mehr durch, und ich habe das gut gewissen, den Lützebücher Steierzöler nicht mehr auf der Tisch zu leihen. Übrigens, das Bruttogehalt von den Europadeputaten aufgrund von dem Statut 7.956,87 Euro. Ich bezuele 1746,51 Euro Europäische Tätäne den Monat an hun netto 6.197,14 Euro gehalten den Monat. So, das wollen wir klarstellen, Loas Transparenz, die gelebte Transparenz, die dem Lützebücher Wort so mit dem Herz leidet, hoffentlich perfekt, auch was Europadeputaten nu geht. Merci, dass der mir nu geläustert hat, mehr Informationen über mein Erbicht, von der an meinem Buch, mein Erbicht am Europaparlament, dass er erst bei mir bestellen kann, den Kasten nicht, dann informiere dich, werde ich zu Bresenland, zu Strauss, beschaffen, an der Rechen. Danke, merci für das Neu-Leuchtterein, hab ich's geschwön. das Neu-Leuchtterein, wie wir